Ich möchte Ihnen unseren neuen Schiffsarzt vorstellen, Dr. Eric Leonard. Gehen Sie doch am besten schon mal bitte ins Bachen, Jungs. Meine hochschwangere Frau Sarah ist vor knapp einem Jahr spurlos verschwunden. Ich habe daraufhin einen Privatdetektiv engagiert, dem ein Foto vom Schiff zugespielt wurde. Ich kann nicht ausschließen, dass irgendjemand an Bord mit dem verschwindenden Sarah zu tun hat. Sarah ist in Teneriffa von Bord gegangen und nicht mehr zurückgekommen. Ich werde Sie suchen.